Ein namhafter Getränkehersteller trat wegen der Entwicklung einer Lösung zur Kommissionierung von Artikeln an Grenzebach Automation heran. Die Aufgabe war, kundenspezifische Paletten mit Produkten unterschiedlicher Größe und unterschiedlichem Gewicht automatisch und sicher zu palettieren. Grenzebach hat ein weltweit einzigartiges Konzept entwickelt, das die Aufgabenstellung bis zu zweieinhalbmal schneller erledigt und dafür weniger Equipment benötigt. Drei Roboterzellen werden von sieben Kommissionierstationen beliefert, die autark voneinander arbeiten. Am Standort Karlsruhe verfügt Grenzebach über eine Testroboterzelle, die mit der gleichen Steuerung ausgestattet ist wie beim Endkunden. Die von der Warehouse Software vorkommissionierten Produkte werden in festgelegter Reihenfolge über ein Förderband der Roboterzelle zugeführt. Hier werden die Produkte am Gelände ausgerichtet und über eine Kinect-Kamera letztmalig auf Höhe und Breite kontrolliert. Falsch liegende Produkte werden an einer Drehstation erneut ausgerichtet und dann auf die Abnahmeposition des Roboters transportiert. Jetzt kann der Roboter über seine Greifersysteme die Produkte abheben und auf der Palette in richtiger Position ablegen. Die Compact Guard Logics von Rockwell Automation übernimmt die Zuführung und Ausrichtung der Produkte aufgrund der Informationen, die von der Warehouse Software bereitgestellt werden. Des Weiteren kommuniziert sie mit dem Roboter über die Verfügbarkeit der Produkte. Außerdem übernimmt sie die Kontrolle und Auswertung der Sicherheitseinrichtungen an der Roboterzelle und am Roboter selbst. Dazu werden ein Ausgangs- und Sicherheitssignale dezentral von Point IOs erfasst. Bei den Stopp- und Wendevorrichtungen kommen aufgrund der hohen Dynamik Kinetic Servo-Antriebe zum Einsatz. Für die Steuerung der Fördersysteme werden beim Endkunden Amor-Start-Leitumrichter eingesetzt. Für die Visualisierung und Bedienung wird ein PanelView Plus HMI 1500 eingesetzt. Alle Geräte werden über Ethernet IP miteinander verbunden. Das sagt Grenzebach. Durch die kompetenten Anwendungsspezialisten von Rockwell Automation fühlten wir uns in allen Projektphasen gut beraten. Von den ersten Konzepten über Fragen zur UL-konformen Konstruktion bis zur Inbetriebnahme standen uns die Rockwell-Mitarbeiter zur Seite. Das Projekt konnte trotz der für uns in einigen Bereichen neuen Technologie ohne Verzögerungen und größere Probleme durchlaufen werden.